Ich bin Auszubildender Mediengestatter Bild und Ton bei RegioTV Schwaben. Weil ich irgendwie meine Zeit irgendwie anders nutzen möchte als bei Facebook rumdaddeln und die virtuellen Freunde brauche ich eh nicht. Ich brauche, wenn dann, echte Freunde. Ich bin nicht im Facebook. Für mich ist es einfach Zeitverschwendung. Um uns zu vernetzen. Lär man coole Leute kennen. Man kriegt immer die neuesten Sachen mit und ja, es ist einfach cool. Auch immer Spickzettel und Party News Ulm, Hair Lounge, Eurosoka. Das sind alles in Zeiten, in denen man wissen sollte, was Neues gibt und alles. Was gibt es noch? Rezepte. Rezepte. Ich bin so geil. Nochmal, lieber nochmal. Und, wie geht es dir so? Oh ja, ganz gut. Ich bin jetzt völlig fertig vom Sofa schleppen. Ja, wir sind gerade hier in Neu-Ulm. Können ruhig weitermachen. Ich muss alles, alles selber machen. Ich habe extra den Besuch hinter der Kamera geblendet. Der Facebook-Mann muss weg. Da ist kein Licht. Scheiße, ich komme... Wenn der Föhn aus ist, kann man nicht sehen. So, ich bin so ohne. Ja. Ich bin jetzt im Rahmen gekommen und nehme die Kamera. Jetzt kann man ja sehen.